Iron Man! Ey, ich hab dich gestern erst im Kino gesehen, Mann! Alter, wo ist er hin? Ah, hier ist er doch, Alter, Alter! Boah, Alter, ey! Du gehst dann wieder saufen, ey, ich bin schon mega versüfft hier, ey! Scheiß Party, Kinder! So viel Party, ey! Ja, Mann! Irgendwann musst du auch rausfliegen. Ach so! Ich wollt grad sagen, mach's nicht so lang! Nee, du kannst einfach dann zwischendurch so... Warte, ich fang mal hier... Ach so! Na? Ich hab gesagt, du hast noch so viele Wittes da gemacht, Kinder! Spiel es dann bitte rückwärts ab! Pass, rückwärts, nicht massiv! Rückwärts, das ist ein guter Klipper! Ich glaub, dass du so geiles drauf in meiner Fuchse hast! Hä, wo? Na hier! Ach so, in meiner Fuchse, ja! Warte! Andersrum! Andersrum! Warte! Nee, stimmt, andersrum hast recht! Fuck! Ja, hast recht, ja, genau! Das wär ein sehr schöner Auto! Ja, das ist echt... Die Kante ist halt ein bisschen doof! Das ist die Zeile! Oh! Alter! Nee, der Albe gut, Alter! Ja, das ist echt... Die Kante ist halt ein bisschen doof! Das ist die Zeile! Oh! Alter! Nee, der Albe gut, Alter! Nee, der Albe gut! Nee, der Albe gut! Oh, scheiße! Oh! Scheiße! 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 So ein Hals! Ja, und das nochmal wieder. Ich glaub sie, ja. Ich glaub sie, ja. Ich glaub sie, ja. Ich glaub sie, ja. Gut, dass du's schon angemacht hast. Hi Leute, wir sind hier beim Live-Vlog. Ironman kriegt grad ein Facelifting. Irgendwie platzt meine Schädeldecke auf, da muss ein bisschen Botox reingespritzt werden. Lass mal probieren. Halt mal, halt mal, halt mal. Boah, das ist so mega anstrengend. Erstmal anfangen mit drehen. Nicht aufhören, auch wenn sich die Kamera dreht. Nicht aufhören, auch wenn sich die Kamera dreht. Oh Gott. Jetzt nehm ich's nicht. Wiener Wir sind im Lands alloc perceinkt.